Cheer! Scheiß auf Koblenz, Junge! Ammerland ist im Yo-Yo. Cheer! Erschrecke dich nicht, sagte er, und leistete Keramik, ohne nachzufragen, denn ich finde kein König ist Ceranchi. Doch kann es sein, dass die Klaviatoren mit den Dunkeln einer Zensur waren? Ich sehe nicht einen Grund für die Primen und rede deshalb niemand bloßfahren. Ich hätte erwartet, dass Dater sich fliegen, wenn Lorbeeren mit Cerealien handeln. Wie man sieht es, Leder erschreckt Gebüsse, weshalb der Schauder sich immer verwandelt. Wir erziehern Trapezierer, weil wir saubermäßig zart sind. Das entspricht in der Verkohlenstoffwelt, der wie ein Bart klingt hier. Die Titan-Schallfrucht ladelt sehr. Salzstrahlen enthalten Natrium so sehr. Die Kreiszahl Pi hat unendlich viele Nachkommerschnellen. Und einige andere Zahlen auch. Kraftkopf aus York beschwert sich über sich erschwerende Beschwerden, da die Flusen in der Kurve eben 53 werden. Die feuchte Leuchte wurscht sich an Kleeblatt in die kleine Klappe. Ja, die Feiertagsflüssigkeit ist der Freund, den ich nie hatte. So Beka multipliziert. Würfel, Dividier, gerillische Zeichen auf. Man sollte meinen, sie servieren Suppe. Total gesehen schon. Auch wenn man mantelt Mandeln in den Katakomben, die aus Trotz. Robin Hood in einen Klaus verweinen. So ist das. Wir sind die Titan-Schallfrucht Sadduzea. Salzstrahlen enthalten Natrium so sehr. So sehr. Die Kreiszahl Pi hat unendlich viele Nachkommerschnellen. Und einige andere Zahlen auch. Ja, die Koblenz ohne Robin Hood kann Farbstoff sich entwickeln, da Photosynthese und Zoo-Werther sich auskennen und entwickeln. Härtere Uhrzeiger würden hierbei folglich recht alt aussehen, und Kolibris und Zahnarzthelfer würden in ihr Haus gehen. Wenn bei Lorenz in Koblenz erneut das Salz und das Klo glänzt, und du in einem Boot pennst oder dir in Stroh brennst oder Hintern zu rennst, dann wird Alpha Centauri sich über den rosa karrierten Kies runter. Da klemmt dein Koblenz im Kopf am Komplett bis oben hin voll mit Niespulver. Die Schule weiß noch mehr darüber. Lies doch Rezepte, denn klatschnasse Sackkarren. Wir kennen kuröse Konzepte. So klingeln, klingeln von Römern, wenn sie sich freundschaftlich massieren. Also niemals aus dem Kern raus, weil wir im Ausplatz sonst verlieren. Also grüß den Kerl mit dem Muttermal. Ich schreibe ihm und seine Muttermal. Stoppe deiner Grubelehrchen in den Futter ran. Wir sind die Titan, Schreibbruch Saluzer. Salzstangen erhalten Latrium so sehr. Die Reißzahl Pi hat unendlich viele Nachkommastellen. Und einige andere Zahlen auch. Hau mal ab du Birne, hessliche Zwirne, schrotten Lamushi. Robin Hood ist längst zuhause und knallt deine Uschi. Doch Robin Hood bleibt Robin Hood und Robin Hood wird sich nie ändern. Seile schreien nach Liebe. In Ohren leuchten die wie Benner. Dada mag nicht glauben. Dada dreisterweise ein Strohhalm. Und mit diesem Strohhalm deckt er. Er strechelt sich mal ebenso ins Koma. Wo ist eigentlich meine Bitch? Hock dich hin. Hitchcock mich schling. Dann sitzt Rock. Erlebt man Flitzbock. Ein Hitschock. Fritzock. Yo. Seh ich ganz genauso. Jeffrey. Yo, yo. Die ungeschriebenen Gesetze stehen auf Seite 345 und 15 im Gesetzbuch der Waldbewohner. Also was tust du? Du schläfst mit deiner Oma. Du schläfst mit deiner Oma. Yo. Im selben Hotel wohlgemacht. Ich steh halt auf große Kräne. Die sind super toll und ich mag Strähnen von einer ziemlichen Rose. Die ist groß und glasig. Yo, ich begegne dir mit Argon, weil du bist ein ... Wegen dir ist mein Konto im Minus. Tangens, Cosinus und Sinus. So, ich glaub wir sind fertig. Dann lass mal jetzt alles anmachen, was in dem Song steckt. Und was! So, ich lies in meinem Lied. So, ich vermisse. So, wir sprich bin ich damit. Ja, aber gut oder? Flüssigkeit. Wann verdient ich. Das ist akzeptabel. Ja. Ja.